Jerome ist 15 Jahre alt und wie viele Kids in seinem Alter liebt er Sport. Aber im Moment ist daran nicht zu denken. Seit sechs Jahren, da kämpft der Junge aus Erzhausen mit dem Krebs. Im Moment geht es ihm gut, aber es würde ihm noch besser gehen, wenn er endlich wieder seinen geliebten Fußball spielen könnte. Ein Traum, der wahr werden könnte, aber leider spielt die Krankenkasse da nicht mit. Dass Jerome Zimmermann heute mit seiner Hündin Laura im Garten herumtollen kann, ist ein kleines Wunder. Denn der 15-jährige Schüler erlebte ein Martyrium. Mit gerade mal neun Jahren bekommt Jerome die Diagnose Krebs. Für ihn beginnt eine lange Leidenszeit auf der Kinderkrebsstation. Statt mit Freunden zu spielen, kämpft er ums Überleben. Eigentlich war es für mich nicht so toll, weil jeden Tag die ganzen Kinder neben sich zu liegen und sich selbst da zu sehen, das war nicht schön. Sport, das war Jeromes Leben. Der Erzhausener hatte mit seinem Fußballteam großen Erfolg, gewann mehrere Turniere. Doch im November 2007 klagt der damals Neunjährige über starke Schmerzen im linken Knie. Die Ärzte stellen einen bösartigen Tumor fest, Chemotherapie und Notoperation. Ich werde das nie vergessen, weil das war an dem Tag, wo ich Geburtstag hatte, habe ich auf der Intensivstation mit meinem Sohn gesessen und war nur froh, dass er wieder atmen tut und dass wir eine Chance haben, dass er weiterlebt. In einer knapp sechsstündigen Operation amputieren die Ärzte Jeromes Oberschenkel, setzen ihm eine sogenannte Bohrgräfe-Umkehrplastik ein. Mit der Operation konnte nicht nur der Krebs entfernt werden. Das Ärzteteam wollte dafür sorgen, dass Jerome weiter aus eigener Kraft laufen kann. Die Chirurgen haben das Kniegelenk rausoperiert, haben seinen Unterschenkel umgekehrt an den Oberschenkel angesetzt und verschraubt. Und jetzt hat er hier sein Fußgelenk, was jetzt in der Prothese als Kniegelenk dann wirkt. Die Kraft und den Lebensmut auf eigenen Beinen zu laufen hat Jerome bis heute. Seit knapp vier Jahren ist er krebsfrei, aber der geliebte Sport fehlt in seinem Leben. Man ist einfach nicht mehr mitten im Leben, man fühlt sich einfach ausgeschlossen. Man kann nicht mehr an dem Leben teilhaben, was man damals einfach alles so gemacht hat. Endlich wieder Joggen und Sport treiben, Jeromes großer Traum. Und dieser ist eigentlich zum Greifen nah. Mit einer Sportprothese stünden dem 15-Jährigen völlig neue Möglichkeiten offen. Man fühlt sich viel freier mit der Prothese. Also man hat nicht mehr dieses eingeklemmte Gefühl. Mit der anderen Prothese kann man nicht rennen, kann man gar nichts machen, also kann man schon laufen. Aber mit der kannst du wieder, kannst du laufen, kannst du rennen. Man könnte im Schulsport wieder richtig mitmachen. Ist ja richtig toll wieder. Mit Sportprothese blüht Jerome auf. Doch die Kosten von knapp 7.500 Euro werden nicht übernommen. Denn die Prothese gehört nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Die sollten sich einfach mal in mich reinversetzen, sollten mal gucken, wie das ist, wenn man ein Bein nur noch hat und nicht mehr richtig am Leben teilhaben kann. Sollten es mal selbst erfahren, was man auch keinem anderen wünscht. Aber man ärgert sich einfach drüber, dass einfach sich weigern, das zu genehmigen. 7.500 Euro für seine Eltern nicht zu finanzieren. Vater Andreas ist Lagerist. Mutter Silke kümmert sich um Jerome und die beiden jüngeren Schwestern. Jerome, ein Teenager, der sich nicht unterkriegen lässt. Er will weiter kämpfen. Gegen den Krebs und für ein eigenständiges, mobiles Leben mit Sportprothese. Untertitelung des ZDF für funk, 2017